Musik Hallo Leute, im zweiten Vorkampf beim Vergleichskampf zwischen einer Hessen-Auswahl und Moldawien treten in der Schülerklasse bis 40 Kilogramm Jan Spannberger vom Boxclub Osthessen und Julian Bleistein vom TUS Aschaffenburg Leider ab. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert unseren Kanal. Euer Team und Partner der Vereine. Jaa, jaa! Echt! Echt! Get! 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 Wir sind jetzt! Stop! 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 Alter, Alter! Alter, Alter! Alter, Alter! Alter! Alter, Alter! Hast du uns mal nachgedragen? What? Geht doch mal! Rechts, bitte? 2. 3. 3. 3. 5. 6. 5. 5. 7. 6. 7. 8. 8. 1. 9. 10. Das war's. Das war's. um Vielen Dank.